Ein ganz normaler Arbeitstag. Streichholz-Union, mein Name ist Bettina Zimmer, was kann ich für Sie tun? Mit kleinen Hindernissen. Oh Mensch, die Bahn! Das Meeting, ja, in einer Stunde. Was? Nein, nein, das habe ich nicht vergessen. Nackte Frauen. Ein wichtiges Event. 150 Jahre Streichholz-Union. Der CEO müsste soeben gelandet sein, noch 9 Minuten 30 bis zu seiner Ankunft. Und ein mächtiger Gegner. Das asiatische Feuerzeug bedroht unsere Märkte. Und ich werde gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, diesen Standort und alle Abteilungen zu erhalten. Aber zum Glück gibt es Hilfe vom Gesundheitsmanagement. Fühlen Sie sich hier gesund? Ja und wie. Wir buchen für Sie ein Seminar in Zeitmanagement. Wir machen Sie stark, widerstandsfähig und wirklich resilient, damit Sie noch mehr Stress bewältigen können. Und liebe Arbeitskollegen. Doch, dann bist du halt raus aus dem Qualitätsprozess. Ja, denk an die 11%-Marge. Äh, Bettina, wir brauchen Ideen! Nein, Carola, ich hab keine Zeit. Tschüss, Bettina! Carola! Nein, Carola, ich hab keine Zeit! Carola! Ich bin gleich wieder da! Ich bin gleich wieder da! Es ist geil! Ich muss auf du legst die Streichholzer weg und ich bin sofort wieder da! Und wir machen jetzt mit biologisch. Und wir machen sich gar keine Sorgen. Ich hab da alles im Griff! Werden auch Sie Teil der Streichholz-Union, denn hier brennt man für sein Unternehmen. Ich bin ein Streichholz. Ich komme in Frieden. Das ist absoluter Schwachsinn. Yes, we burn! Das Theaterstück zur schönen neuen Arbeitswelt. Agil sitzen, jederzeit, flexibel und... großartig! ... ... ... ... ... ... ...